Dies ist eine kleine Werbesendung für mich und zwar für den Twitch-Kanal, den ich ja jetzt scharf geschalten habe. Und hatte ich den letzten Pick-Up-Video auch erwähnt, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir da folgen würdet irgendwie. Also noch ist es ja ein ganz, ganz kleiner Ding, zwei Follower bis jetzt weiterhin. Ja, cool, wenn es ein paar mehr werden. Ja, ich wollte jetzt doch auf Twitch-Diver das machen. Also Bock habe ich schon auf Livestream, dass durch Reto-Kompott gekommen ist, das macht ja irgendwie einen Spaß. Aber klar macht es mir ja Bock, wenn ein paar Leute mit dabei sind, mit denen du den beiquatschen kannst irgendwie. Soll doch nicht bierernst sein und, ach Gott, kann doch bloß mal Laber draus werden. Irgendwie sowas. Also wenn ihr Bock habt, macht ein Follow auf Twitch. Twitch, einerlei Dattelkammer. Das Ding hole ich unten unten mit drin, der wird eh jetzt fest mit unten drin sein. Also wäre echt eine coole Aktion. Ich werde die Videos von Twitch aber hier auf YouTube auch hochladen. Mach eine Playlist, Twitch, plötzlich mal, wenn ich die Bus nennen, irgendwie sowas. Ja, bei Reto-Kompott, die wollte ich auch immer hochladen. Und dann habe ich dann irgendwann aber sein lassen, weil ich dann irgendwie abends so keinen Bock mehr hatte. Und für mich ein Shitier werde ich jetzt schon machen. Dann hängt das Streamer. Also wäre eine coole, coole Aktion. Also wenn wir noch kein Follower hier sind, natürlich auch die Glocke und so anmachen. Das war's schon. Dann euch mal einen schönen Sonntag noch. Macht's gut. Euer Olli. .